Hey Leute, erst mal richtig geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen bei MyEx. Wir sind wieder dabei, es wird natürlich wieder gezockt auf Twitch, also schaut da mal rein, bis der Arzt kommt. Oder auch viel länger, wie wir Bock haben. Schauen wir mal. Hey Meinix, zockst du dir um die Retro-Scheiße oder gibt es was anderes von dir? Was soll das denn jetzt heißen, Leute? Natürlich zocken wir wieder Retro, aber es wird natürlich noch einen Tag geben, wo ich mit meinen Kumpels wieder zusammen zocke. Das heißt, es wird zwei Tage die Woche geben, Leute, wo ich online bin. Also schaut rein, die, die ein Abo haben, kriegen ja Bescheid. MyEx. Nein! Jetzt gehen wir die Punkte flöten. The Devil's Destroyer. MyEx. So, weiter geht's, aber Moment. Hier klingt ein Telefon. Oh, hallo. Ja. 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 MyEx. Natürlich werden die Online-News auch weitergehen, Leute, aber vielleicht nicht mehr in dem Rhythmus, in dem ich das vorhatte. Und zwar jedes Wochenende einmal die Online-News. Vielleicht werden wir uns ja nur noch auf einmal im Monat beschränken müssen, weil das Ding ist super aufwendig, aber es macht auch eine Menge Spaß. MyEx. Nein! Nein! Es kann gefeiert werden! Halt die Schlauze! Halt die Schlauze! Gönne ich mir das mal ein! Prost! Du sollst den... MyEx! MyEx! Jetzt klingelt hier schon wieder das Telefon, verdammte Axt! Ja? Vlogs? Vlogs? Ja? Vlog? Ja klar geht's damit weiter. Okay. Ja, Leute, natürlich geht es weiter mit meinen Vlogs oder wie ich immer zu sagen pflege, einen V-Log oder auch Besuchen von großen Veranstaltungen, wie wir jetzt ja schon damit angefangen haben. Letztes Mal die Dreamhack oder davor die Gamescom. Tja Leute, sobald geiles Wetter ist, sind wir auf jeden Fall draußen! MyEx! Ach du Scheiße! Vergiss das Spiel! Ja, ich will uns richtig finden! Gehen direkt rein und besuchen in Ali Abbas! Wir sind schon auf der Dreamhack angekommen, den Hintergrund. Wie soll ich sie schon sagen? Genau mein Ding würde ich mal behaupten. Aber den Ball brauche ich jetzt mal ein kleines Getränk. Weil Arbeit macht natürlich auch durstlich. Ja! Jetzt läuft so hund. Es kommt doch endlich mal die Sonne raus. Deswegen gerne mal gucken, was wir jetzt noch so machen können und schauen uns hier einfach mal die Gegend an. Ich darf doch nicht mehr über oder nicht mehr rein. Das meiste ist einfach schon raus. MyEx! MyEx! Wie sieht's mit Hardware aus? Checkst du für uns weiter die coolen Komponenten für den PC? Natürlich gibt es hier auch weiter den Hardware-Check. Das heißt, sobald mir eine Komponente vom PC zwischen die Finger kommt, Leute, checke ich das einmal für euch aus. Ob sich das Geld wirklich lohnt oder ob es einfach nur eine Blase ist, die platzt. MyEx! Aber doch so gut wie möglich. Und da fahren wir mit dieser Hardware-Komponenten. Jawoll! 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 Dass es davon möchte, als die, die da vorhandenen Schlechtplätze sind, kann man hier einfach so ein Modul einfach nach oben drauf klicken. Die Netzwerkanschlüsse. Die haben doch jetzt alle vier bis zu einem Gigabit. Am besten einfach mal aus und sauber gelöst. Das ist der MyEx YouTube-Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns. Und wer jetzt noch kein Abo hat, Leute, holt euch eins. Bis dann! Das klingelt jetzt schon wie das Telefon. Ja? Das ist so geiler Spanix. Lass uns zusammen spielen! Alter, was ist bloß los mit... MyEx!